Einen wunderschönen, da bin ich euch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Neuen Angezockt. Wir wollen Grey Dawn mal anzocken. Er hat immer leiser gemacht, das ist immer noch laut. Wir wollen das, was mein Feind wieder benutzt, um ihr Einer in deinem König zu erinnern. In dem Platz, wo ich dich verletze, in der ich, in der Himmel, in der ich mich, in der Himmel, in der ich dich, in der Himmel, in der ich dich, in der Himmel, in der Himmel. So, dass du nie, nie wieder wieder, nie wieder Frieden finden. Sprache Deutsch, Untertitel anscheinend. Da war jetzt nichts mit Sprache Deutsch. Ich denke mal, die steht Sprache für den Untertitel. Immer rennen, klingt auch gut. Ich nehme mal ein Halsbonbon rein. Wenn die Stimme länger da ist. Aber grittet ein bisschen. Mal leuchten. David's favorite toy, it even resembles him. What is this? My indispensable addiction. Blasphemy. Blasphemy. How vile. Blasphemy. 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 Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ein lustiges Gift! Du findest mehr von diesen. Sie sind alle umgekehrt rund um meine Welt. Bring acht von ihnen zu dem großen Priester. Und er wird dir ein großartiges Mysterium über Leben und Tod. Erinnerst du, dass jedes Ort, das du in meiner Welt besitzt hast, hat eine schickte Eifel. Wenn hier alles offen ist... Wie sollen die Dinger denn finden? Was das place even real? I think I'm going insane. We've invited our beloved Father Ryan... There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. Father Ryan... The creator of all who need no more. Father Ryan... The creator of all who need no more. Father Ryan... Gottes Tod, der Schöpfer aller Dinge ist nicht mehr... Okay? Father Ryan... Totenkopf... Unverschmiert... GOD! Wie hieß denn das Spiel mit der Irrenanstalt und den Hexen? O, keine gute Grafik. Nis besonderes. Aber es war halt... Es war halt geil. Da konnte man auch noch im Twitch damals Befehle eingeben und konnte dann halt Geräusche auslösen oder so im Stream. Guck mal das Kämme noch ein bisschen höher. Scheiße, ich mache das Kämme gleich aus. Lägt mich am Arsch. Ich habe eine Geschichte über ein Priester und seine Worte. His Name war Father Abraham. Lägt mich am Arsch. Lägt mich am Arsch. Lägt mich am Arsch. Lägt mich am Arsch. Lägt mich nicht dazu. Ich komme da irgendwie zum Bett. Ich möchte die Blut und die Flesche von Christ. Die Blut und die Flesche von Christ. Das bedeutet, röde Wein und sacramente... Wir haben unseren lieben Vater, Ryan Carpenter, zu sprechen über die recenten Events. Die Blut und die Flesche von Christ. Aber das bedeutet, röde Wein und sacramente Briefe. Ich bin nicht mehr weiter. Es ist etwas, oder etwas, oder etwas. Der Schmell der Wein. Ich kann nicht mal irgendwie die Sachen benutzen. Ich kann nicht mal irgendwie die Sachen benutzen. Das steht nur unten da, aber die Kabe. Den Fisch, der war der vorhin schon da. Amen. Amen. Und da wurde Telefon. Das ist hier. Also soll er hier sein. So war es verschlossen. So, soll ich den Behälter nehmen? Was ist das? 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 Das stimmt, das hat die Geil von mir. Ich kann mich nicht mehr aufmachen. I still love you. Do you remember how we met? Six years ago, at an exhibition of paintings depicting St Francis. I was in mourning at the time. You noticed me. You approached me, seeing I was upset and dressed in blouse. You, a stranger, approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that? I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. I felt something I could not describe. I was in love the first time. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered gold. But I never thought that your love was like me. I still love you. I love you. Okay. Ich fahre mal dem Jungen einfach mal. Die ganze Stadt wird mich auf die Galle sehen. Die Eltern verstehen sich nicht. Und es ist sehr schwer, dass die Kinder immer und immer etwas zu erklären. Ich will meine Mutter eine Blume. Aber die Blume ist tot. Kann er es bringen? Ah, das Blastedsteam! Ah, das Blastedsteam, das Blastedsteam! There's something missing here. A stranger broke the flow of the holy tears. He was an ignorance. He ran from truth, but he fell into a dark sleep. He took the missing element with him. He's buried somewhere around. Simono! Oh, was ist denn da? Ein Tier? Wo kommen wir da hin? Ah, hier geboren kommen wird er. Hier kommen wir gar nicht rum. Oder? Nein. Ist nichts machbar. No! Das war's für heute. 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 He took the missing element with him. He's buried somewhere around. Das ist aber immer noch. Ich bin nicht immer da oben nicht ein Stück hoher. Ich komme wegen dem Dampf da nicht hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Those icons look exactly like the floating ones from the shore. Das war's für heute. Hmm, it appears to be the tomb of the ignorant man David was telling me about. Das war's für heute. Oh, yeah. Oh, yeah. David, is that you? No, he's Alexander. Who is Alexander? He's my brother. I don't want to speak about him right now. Some memories bring back pain. Oh, yeah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eternal Wisdom It means the love of God Of course, we are blind Though seeing we do not see In thy light, we see the light Anastasis, in Greek, it means resurrection Hmm, it appears to be an Eastern European language Go towards the heavens and lay beside the Creator It is long is the way and hard Have I really lost my soul? Where are they coming from? What is it? What is it? What is it? First of all, let's take a look at the door First of all, let's take a look at the door Oh, I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door There's something missing here I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door I need to find a hole in the door But so on sich, nice and nice With the Christ-Thema, that's not so mine Immer wieder mal so ein erschreckt-Moment With the door, I have got my blood pressure God's sake, I have already taken it But all the time, we make a cut If you liked it, if you liked it, if you liked it Däumchen oder Träumchen Link für das Spiel für PSN Pack ich euch in die Videobeschreibung Bis dahin, Ahoi Sagt euer Ronin